Yo guys, what's up, the blue Gangster is back mit dem vorletzten Part von Final Fantasy 7, X-Plays Final Fantasy 7. Ich hab hier jetzt zusammengeschnitten, was man so braucht, um zum vorletzten Part zu kommen. Da habt ihr gerade gesehen, wir sind am Chocobo fangen. Und zwar gibt man zuerst, sobald der Kampf anfängt, dem ein Gemüse, dass der sich beruhigt abgelenkt ist, was man hier kaufen kann. Und dann macht man alle anderen Gegner platt und dann kriegt man den, wenn der nicht abgehauen ist. Und sobald man dann absteigt, kommt der hier in die Farm, sobald ihr Plätze gemietet habt. Hier ist Material Equipment, Feindköder, Chocobo-Köder. Ihr müsst immer auf diesen Spuren da laufen von den Chocobos. Hier ist das, was wir eigentlich erreichen wollen. Chocobo-Züchten, man braucht zwei normale, dann kommt entweder ein grünes oder blaues raus. Dann wieder zwei normale, damit das zweite von denen jeweils kommt. Die zwei dann wieder paaren, damit ein schwarzes kommt. Und dann das schwarze mit entweder dem grünen oder dem blauen paaren, damit ein gelbes kommt. Und dann schwarz mit gelb paaren, damit Gold rauskommt. Und diese müsst ihr auch trainieren. Das macht ihr durch Chocobo-Races beim Gold Sauncer. Die müsst ihr dann immer wieder gewinnen. Es gibt immer drei Rennen für jeweils eine Kategorie. C, B, A und S. Und das solltet ihr mit jedem Chocobo machen, das ihr bekommen habt, das ihr züchten wollt. Irgendwann, wenn ihr das Ganze geschafft habt, kriegt ihr das goldene Chocobo. Und dann gibt es als Preis, gibt es dann zwei Materia, die ihr euch holen könnt. Den Schleichangriff. Und, ähm, nicht Mimik war es, sondern Counter war es. Äh, ja, Magic Counter war es, da stand es gerade. Der schwarze Chocobo mit dem Typen mit der Sonnenbrille wird euer schwerster Gegner sein. Ihr solltet immer auf manuell schalten und dann immer durchrasen. Und dann hat euer Chocobo irgendwann mal Max-Stats erreicht, dann ist das Ganze natürlich einfacher. Und diese Prozedierung müsst ihr, wie gesagt, mit jedem einzelnen Chocobo wiederholen. Ihr müsst auch gucken, dass ihr immer genug Platz im Stall habt. Das sind immer sechs Plätze. Also immer gucken, dass unwichtige Chocobos da rausgehen, damit die wichtigeren drin bleiben können. Diese müsst ihr dann auch füttern, damit sie mit ihren Stats weiterkommen. Und für die Zucht an sich braucht ihr immer eine Nuss, die ihr gegen so einen roten Dinosaurier bei der Schneeebene kriegt. Oder bei den Kobolden, die ihr später noch sehen werdet. Es gibt dazu einen Guide auf X-Mail. Das ist eine Final Fantasy Website. Da habe ich auch diesen Zücht-Chocobo-Baum her, dieses Bild. Könnt ihr nachschauen, was ihr da genau machen müsst. Und dann müsst ihr hauptsächlich nur noch so lange das machen, bis ihr die zwei letzten Materia, die ihr nur hier kriegen könnt, auch bekommen habt. Wir wollen ja alle Materia mastern. Gehört ja auch zum 100% Run. Seht ihr manuell, dann durchrushen. Diese roten Balken ist eine Rush-Ebene. Wenn ihr alle L- und R-Knöpfe hältst, während ihr nicht warst, lädt ihr das Ganze auf und dann immer so weiter und so. Dann haben wir noch Enemy Away, also Feinvertreiben. Das haben wir jetzt auch gekriegt und damit hätten wir das Ganze Feinvertreiben. Da seht ihr es. Dann, sobald ihr das goldene Chocobo habt, was genauso wichtig ist, ist die versteckten Hüllen zu finden, wo ihr die vier versteckten Materia findet. Eins ist beim Wu-Tang-Ebene da, wo Yuffis zu Hause ist. Die Materia habe ich aber schon genommen, weil ich sie davor mastern wollte. Gegen Ruby Weapon, die kriegt man hier drin. Das ist die Materia Mimic. Es gibt insgesamt vier Höhlen, wie gesagt. Jetzt kommen wir zur zweiten. Das ist bei Medil, da wo Cloud und Tiffa von der Story her in diesen Lebensstrom fallen. Und dann müsst ihr hier nach hinten. Da ist die zweite Höhle. Das seht ihr es nochmal auf der Karte. So. Und hier kriegt man Quadratauber, soweit ich weiß. Das erlaubt euch, wenn ihr das mit einer anderen Materia in einem Doppelslot kombiniert, dass ihr den Zauber, den ihr gerade ausführt, dass der viermal hintereinander ausgeführt wird. Dann, was kaum auf der Karte zu sehen ist, ist das hier. Hier nochmal gleich die Kobolde, von denen ihr auch Enemy Skill kriegen könnt. Koboldschlag oder so heißt. Ja, und von denen kriegt ihr auch diese Nüsse, mit denen ihr die Chocobos sozusagen züchten könnt, die neuen, die gebärt werden sollen. Und dann geht ihr in die Höhle hier rein und ihr kriegt die stärkste Aufruf-Materia. Und zwar die Ritter der Runde. Das ist wirklich die stärkste, das ist auch die längste Ritter-Animation. Und dann geht ihr von Midgar weg. Das ist eigentlich direkt über Corel, also da, wo man zum Gold-Zaunzer kommt. Ist die letzte Höhle. Und dann geht ihr da rein, da kommt man auch, da, ja genau, hier, HP zu MP, sehr wichtig. Am besten zwei davon haben. Ich habe die zweite leider verkauft, weil ich nicht wusste, dass ich sie brauche. Damit wären wir bei allen Höhlen gewesen. Wie gesagt, da kommt man nur mit Chocobo hin. Und hier noch ein kleines Extra, um euch Final Fantasy Fans zu zeigen, dass mit diesen Charaktoren und der Charaktoreninsel, das gibt es schon seit Final Fantasy 7. Ich bin mir nicht sicher, ob es das schon davor wirklich gab. Ich habe es zum ersten Mal hier entdeckt. Und ihr seht, denn seine Geschwindigkeit und sein Ausweichmanöver ist echt krass. Also über Max Stats. Das ist nur ein kleines Extra, um euch zu zeigen. Und hier die meisten Materia, die ihr jetzt ausrüsten müsst, ja, damit wir weitermachen können. Denn jetzt wollen wir die Materia smasteren und dann gibt es dafür Waffen. Die haben die Fähigkeit, dass die AP, ja, dass diese Punkte, mit denen die Materia gemastert werden, dass ihr das Dreifache davon bekommt. Also nur das Schwert oben. Den Rest rüste ich mit zum Beispiel Extra Gel aus, damit ich mehr Gel bekomme. Falls ihr noch nicht Level 99 erreicht habt, gibt es Extra EXP. Extra HP, extra MP könnt ihr reinmachen. Und dann solltet ihr noch Doppelobjekt reinmachen. Solche Sachen halt. Ja, ihr müsst halt gucken. Ich glaube, es gibt insgesamt drei bis vier Charaktere, die dieses Triple AP haben können. Das gibt es in anderen Final Fantasies auch. Und das hier im Krater ist die Hauptstelle, an der ich sozusagen gegrindet habe. Die besten AP bekommt ihr von zwei von diesen Tümpfen, die ihr immer in Elixir geben müsst. Hier ist jetzt einer. Den könnt ihr nicht besiegen und wenn ihr dem auch kein Elixir gebt und weiterkämpft, der schiehlt dann auch Sachen von euch. Und die zweiten, das sind so orangene Kugeln. Wenn ihr da, ich glaube, das Maximum, was ihr erreichen könnt, ist zwei gemasterte Materia von Extra Gel. Dann kriegt ihr pro Kampf gegen die, glaube ich, 1,4 Mille. Oder war es 140.000? Ich bin mir nicht mehr sicher. Natürlich tauchen da auch andere Gegner auf. Aber wenn ihr schon im Kampf seid, dann solltet ihr auch kämpfen, selbst wenn ihr nicht so viel AP bekommt. Hauptsache ihr bekommt etwas, anstatt immer nur auf die richtigen Gegner zu warten. Und das macht ihr dann so lange, bis alle Materials gemastert sind gegen Tomberry mit schlechten Stats. Also noch keinen Max-Stats. Solltet ihr nur mit eurem Limit Breaks hingehen, weil der zum Beispiel macht eine Attacke und tötet direkt einen von euch. Das ist nicht so schön. Gute Items von denen bekommt ihr auch. Und ihr macht das halt so, sobald eine Materia gemastert ist, also fünf Sterne bekommt, reproduziert sie sich wieder mit nur einem Stern. Und dann wechselt ihr die einfach aus und mastert sie nochmal, wenn ihr mehrere haben wollt. Ansonsten nehmt ihr andere Materia, die ihr braucht. Es gibt auf X-Mail auch eine Materia-Liste. Die könnt ihr auch finden, damit ihr auch sicher sein könnt, dass ihr wirklich erstmal alle Materials bekommen habt. Weil erst dann lohnt sich das ja, die zu mastern. Hier seht ihr, habe ich schon alle Stats gemaxed. Glück ist nur weniger wegen den Waffen, weil manche Waffen verschlechtern ein bisschen eure Stats. Und da gibt es sechs Stats, die ihr maximieren könnt. Die, die nicht auf 255 oder in der Nähe von 255 sind, hängt von eurem Schwert bzw. Ausrüstung ab. Und das macht ihr so, äh, den ersten von den sechs, das ist der Angriff bzw. Attacke. Ihr braucht dafür Morph und Doppel-Item. Ihr morft den Gegner und dann verschwendet ihr ein Item, damit da kein Platz mehr übrig ist. Wartet auf den zweiten Item und drückt dann immer X-Kreis, 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 so dass das neu erschienene Item, also die Kraftkapsel hier jetzt zum Beispiel, immer höher wird. Das habe ich euch eigentlich nochmal im letzten Part, äh, im Stream gezeigt. Das zeige ich euch jetzt aber nochmal. Und, äh, je mehr Gegner, desto besser, weil wenn alle Gegner weg sind, dann bricht das Ganze ab. Und ihr hört jetzt zum Beispiel bei 60 auf. Das soll ja nicht der Fall sein. Ihr müsst so oft wie, sorry, möglich 99 bekommen, weil ihr das ja mit allen Charakteren machen wollt. Und, äh, falls ihr das nicht wusstet, ich weiß nicht in welcher Version das noch anders war. Hier ist es aber so, es geht eigentlich über 255, ich glaube bis 300, 320. Das merkt man dann, wenn man 255 hat und der Charakter immer noch diese Kapseln akzeptiert. Ihr merkt, dass ihr den Max nicht erreicht habt, sobald dieser Warning-Sound kommt und der Charakter diese Kapseln einfach nicht mehr akzeptiert. Okay? Ihr seht, Kate Ziff hatte eigentlich schon 255. So, das hier ist unten in dem Schiff, ja, wo ihr auf die Turks trifft. Und hier gibt es eigentlich jede Art von Kapseln zu holen. Ich würde zuerst die Speed-Kapseln holen gegen diese hier, weil die sind leicht zu besiegen, leicht zu morphen, ja. Und da könnt ihr die ganze Prozedur, ähm, wiederholen. Es ist wichtig aber, dass ihr das mit Yuffie und ihrer speziellen Waffe macht, weil sie ist die einzige mit ihrer Waffe, die wirklich Max Damage beim Morphen rausholen kann. Und das ist ein riesen Vorteil. Also das hier sind noch die einfachen. Dann gibt es für die Abwehr-Kapsel gibt es zwei Gegner. Das hier ist bei Corell oben da, wo ihr den Zug anhalten müsst gegen diese Schildkröte. Da tauchen immer zwei auf. So, Abwehr-Kapsel. Immer so machen, komplettes Team voll und dann jeweils immer einen Charakter wechseln, weil Cloud und Yuffie könnt ihr in dem Moment nicht wechseln. Und falls ihr es einfacher haben wollt, bei Medil, bei dieser, sag ich jetzt mal, dreckigen Ebene, kommen diese anfangs billigen Open-World-Monster. Gegen die könnt ihr das gleiche machen. Falls euch das einfacher fällt, weil gegen die kriegt ihr auch die Abwehr-Kapsel. Das wäre Nummer zwei. So. Das ist noch relativ easy. Das hier ist jetzt kompliziert, weil ihr das beim Gold-Sounds oder beim billigen Kampf machen müsst, die Ausrüstung. Und so zeige ich euch später. Das Problem bei denen ist, ja, ihr habt nur einen Charakter, deswegen braucht ihr eine spezielle Materia-Ausrüstung. Und sobald beide weg sind, könnt ihr nicht mehr weitermachen. Und diese Monster tauchen nur in, zu 25% auf. Und zwar jedes Mal als dritter Gegner beim billigen Kampf. Allein sie schon zu bekommen, kann manchmal dauern. Und, ähm, dann immer wieder auf 99 Zauber-Kapseln hochzukriegen. Also ich hab das da noch langsam gemacht. Mittlerweile kann ich das schneller. Ihr müsst halt gucken, dass ihr euch da nicht irgendwie verdrückt. Und dann könnt ihr auch schon gehen. Und da zeige ich euch kurz, welche Materia man da braucht. Und zwar Versiegelung mit Zauber-Konter. Einmal gemastert, einmal nicht. Einmal Morph mit Zauber-Konter. Und Doppelobjekt natürlich. Und zwar deswegen, damit man, nachdem der erste gemorpht worden ist, damit dann unnötiger Zauber ausgeführt wird. Oder sonst was gegen den zweiten. Damit ihr genug Zeit habt, 99 Stück davon zu holen. Ja. Das hier ist der schwierigste vor allem. Da braucht man Riesen-Vorbereitung. Wie gesagt, das darf keine Lücke sein. Ihr müsst immer 1er-Items verschwenden, die ihr euch immer wieder holen könnt. Und ganz oben hab ich so ein Billig-Donner-Item, weil man darf ihn ja nicht töten. Und der hat um die 10.000, 11.000 HP. Dann kommen wir zu den Materias. Der Cloud braucht ein Doppelobjekt. Das ist jetzt der mit den Max-HP. Dann braucht Yuffie finale Angriff und Morph, weil sie muss nämlich sterben. Und Komplett-Heilung für Sid mit Quadrat-Zauber. Damit er, wenn er stirbt, so oft wie möglich Quadrat-Zauber einsetzt. Und damit, sie müssen wirklich so wenig wie möglich HP haben. Hier hab ich das mit HP zu MP gemacht. Die hab ich aber, wie gesagt, nicht zweimal. Deswegen hab ich Yuffie mit dem stärksten roten Material ausgerüstet. Da unten könnt ihr sehen, minus 10 HP. Ja, müsst ihr sie alle ausrüsten. Deswegen am besten gemastert. Und jetzt werde ich euch gleich auch erklären, ja, wieso man das Ganze so einrichten muss. Aber davor zeige ich euch jetzt noch die Ausrüstung. Wie gesagt, das mit den Objekten nicht vergessen. Phönix-Feder werdet ihr viele brauchen. Es darf keine Lücke da sein. Ganz, ganz wichtig. Ja, und hier seht ihr, wie viele Kapseln ich schon hab. Nebenher kann man noch, falls man irgendwas auf 98 oder 99 hat, von den anderen holen. Und Sid natürlich, weil er so viele Zauber ausrüsten wird, ist dieses HP zu MP sehr gut, weil er genug MP hat. Hier bei Cloud ganz wichtig, dass er so wenig Zustandsveränderung kriegt. Weil ihr gegen andere noch kämpfen werdet. Bei Yuffie natürlich die Morph-Waffe, schlechte Verteidigungs-Stats und ein Feuerring. Weil der, gegen den wir kämpfen werden, wenn er nicht die Attacke macht, die wir brauchen, da wird der Feuer spucken. Und mit dieser Ausrüstung kassiert man dann halt keinen Schaden. Und deswegen das gleiche dann bei Sid. Natürlich braucht er nicht so viel Platz, weil er die roten Materie nicht braucht, sondern nur HP zu MP. Und dann zeige ich euch das Ganze, wie das funktioniert. Weil hier sind die Werte, ihr seht es, wir brauchen die Gemütskapsel. Und ihr werdet natürlich auf mehrere Gegner treffen, deswegen müsst ihr jetzt rumlaufen und dann sofort abhauen, bevor euch was passiert. Genau, weil dann kann euch nämlich sowas passieren. Bei denen ist es jetzt egal, weil da haut ihr eine Phönix-Feder raus und dann haben sie genauso viel HP, wie ihr eigentlich braucht. Bei Cloud sollte das nicht passieren, deswegen hat er das Spuckband bzw. die Schleife, damit er diese Zustandsveränderung nicht kassiert. Und es sollte natürlich die letzte sein, weil dann habt ihr die meisten Stats ausgerüstet und es auf maximiert und es fällt euch am leichtesten. Das hier ist unser Gegner und zwar läuft es so. Er wird natürlich zuerst Feuer spucken, bei Cloud ist deswegen sein HP egal. Einmal angreifen mit Max-Damage und dann zweimal mit diesem Billigblitz-Item. Dann sollte er die Attacke machen, die wir brauchen. Ihr solltet Doppelobjekt schon mal so weit vorbereiten, dass ihr ein Item verschwendet habt für den Platz der Kapsel und die zweite schon angedrückt. Dann verschwindet nämlich dieses Fenster, sobald er diese Attacke macht und ihr könnt X-Kreis, X-Kreis, X-Kreis maschen. Die zwei sterben und lösen natürlich durch die Materie ihre Final-Attacke aus. Yuffie mit Morph. Jetzt kriegt ihr die Kapsel und jetzt spammt sie die Zauber. So lange habt ihr Zeit, das auf 99 zu bringen. Sollte irgendwas anders laufen, wie bei mir hier im Video. Einfach sofort abhauen, ohne irgendwas zu verschwenden. Und dann die wieder ins Leben rufen mit einer Phönix-Feder und dann wieder den Typen hier suchen und das Ganze wiederholen, bis es so geklappt hat wie bei mir. Und dann könnt ihr die Gemütskapseln mit euren Party-Members ausrüsten. Wie gesagt, darauf achten, die müssen ja nämlich alle weg, weil sonst könnt ihr dieses, dass sie auf 99 hochgehen, nicht mehr machen. Sondern ihr kriegt jeweils nur eine pro Kampf, deswegen müssen diese weg. Und dadurch verschwendet ihr natürlich einen Item-Platz. Den müsst ihr dann wieder auffüllen. Hier zeige ich euch nochmal, Yuffie war eigentlich schon auf 255. Der habe ich jetzt nochmal um die 20 Kapseln gegeben. Und die nimmt sogar noch mehr. Damit ist es bewiesen, dass es hier über 255 geht. So, jetzt ist der Platz leer. Ihr wollt alleine einordnen. Ich mache das so, ich mache mir das am einfachsten von der Sortierung her. Das sind die Items, die ich brauche mal ganz oben habe. Und ganz unten tue ich das letzte in der Reihe, weil damit ist nämlich bestätigt, dass der komplette Platz aufgebraucht ist. Ja. Weil sonst spawnt es irgendwo und ihr könnt es nicht mehr vervielfachen. Und das wiederholt ihr immer wieder, damit ihr auch das hier auf 255 kriegt. Das nächste, was ihr machen solltet, was ich nicht gemacht habe, aber was für euch vorteilhafter wäre, Enemy-Skill vollzukriegen. Wir sind jetzt bei Wutai, da wo Yuffies zu Hause ist. Da müsst ihr rumlaufen, bis ihr... Nicht diese Gegner, sondern diese kleinen Strohhalm, weil sie es ich was findet. Wieder nicht die gleichen. Und zwar macht ihr das so, ihr manipuliert die, wenn ihr könnt, weil manche Gegner können nicht manipuliert werden. Das gibt ja diese gelbe Manipulier-Material. Und dann sagt ihr dem, weil dann könnt ihr entscheiden, welche Attacke er machen soll. Die Attacke, die ihr braucht, die Liste könnt ihr euch auch angucken. Sagt, ihr soll er gegen den Gegner, also gegen euren Charakter ausführen, der mit der Enemy-Skill ausgerüstet ist, damit er diese auch bekommt. So. So, und jetzt könnt ihr sehen, wir haben den Zauberhammer bekommen. Der nächste ist direkt nebendran, am Strand. Das ist diese Schildkröte, genau. Einmal manipulieren. Und einmal sagen, Todeskraft. Das ist, glaube ich, dafür da. Also das erste war dafür da, um HP vom Gegner zu bekommen. Das ist nur anfangs wichtig. Und das hier ist wichtig, damit ihr immun gegen direkten Tod seid. So. Den nächsten, den wir finden werden, da müsst ihr nebendran, das ist der kürzeste Weg. Nicht gegen die hier, weil gegen die kriegt man gar nicht. Ich bin ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was man von diesen Gegnern bekommt. Aber nur dieser eine taucht auch hier in diesem Gebiet auf. Wir müssen nämlich eins weiter. Mein Controller hat da ein bisschen gespackt. So. Und zwar solltet ihr da runter. Und hier spawnen dann diese kleinen gelben Igel. Genau die hier. Die manipuliert ihr natürlich wieder. Wenn ihr dazu kommt. Und dann sollen die Todesstrafe ausführen. Das ist ja dieser Ultimate Tod. Gut, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es ein Enemy Skill, den ihr braucht. Sagt dem, füllt den auf Tiff aus, sobald es mit Enemy Skill ausgerüstet ist. Und macht dann alle platt. Ihr dürft da nicht abhauen, weil sonst gildet es nicht. Also, selbst wenn ihr im Kampf den Enemy Skill bekommen habt und dann abhaut, dann habt ihr ihn im Endeffekt nicht bekommen. So, jetzt wieder zurück zum Schluckpfiff. Erstmal abhauen. Warum hat ein Controller da so krass gespackt? So. Wie gesagt, alle anderen, die wir haben, die kriegt ihr durch den Storyverlauf. Wahrscheinlich kriegt ihr da sogar noch mehr. Jetzt zu mit D. Genau. Achso, ja stimmt, ganz wichtig. Ähm, den Enemy Skill hier, den könnt ihr nur gegen einen Chocobo bekommen. Und deswegen brauchen wir den Chocobo Köder, damit dieser auch auftaucht. Das ist jetzt ein bisschen komisch, wie man das eigentlich macht. Aber ich glaube, das werdet ihr schon verstehen. Also, Chocobo Köder. Deswegen habe ich die ganz unten platziert, damit ich wieder weiß, wie ich meine Materialiste wieder herstellen soll. Und natürlich braucht ihr dann auch ein entsprechendes Gemüse, damit das Chocobo dann auch da bleibt und nicht direkt abhaut. Wäre ja blöd, weil sonst kriegen wir den Enemy Skill nicht. So, jetzt läuft ihr natürlich wieder auf den Spuren hier herum. So, jetzt dann aber. Komm schon. Gemüse. Friss. Na hopp. Jawohl, jetzt bleibt es da. Das nächste, was ihr macht mit Feindeskönes, könntest ihr in E4 Selbstmord, den ihr von diesen Bibern da kriegt oder was auch immer das sein soll. Dann macht er so eine Attacke. Und das ist dann auch schon der Enemy Skill. Dann einfach die Gegner besiegen. Und da habt ihr ihn. So. Das wäre dann. Na, erstmal Items umstellen. Wo ist der Trank? Da ist der Trank. Gut. Das könnt ihr nämlich gleich so lassen, weil bei dem zweiten, wenn ihr das nicht schon habt, müsst ihr zur Gold Sansa Region und dann hier so lange rumlaufen, bis ein ganz bestimmter Gegner auftaucht. Und den kriegt man auch nur mit Chocobo. Das heißt, das hängt jetzt von zwei Sachen ab. Und zwar ist das so ein fliegendes Viech, so eine Chimera oder so. Müsst ihr jetzt suchen, bis ihr die bekommt. Natürlich, solange abhauen, solange die nicht da ist, weil alles andere ist erstmal wurscht. So, immer noch nicht da. Immer noch nicht. Geil. Nein. So, jetzt. Das ist der Gegner, den wir brauchen. Da ist es egal, ob das Chocobo aufhaut. Den manipulieren wir kurz. Und dann sagen wir dem, der soll Aqualung auf uns ausführen. Das ist die gleiche Attacke, ähm, wie der Serpent eigentlich gemacht hat. Und damit hätten wir den Enemy Skill. So, schon eindeutig mehr als davor. Beta bekommt man ja von dieser Riesenschlange in dem Sumpf neben, ähm, der Chocobo Farm. Der nächste Enemy Skill müsste hier bei, ähm, ja genau, direkt hier sein. Das hier ist, ähm, das hier ist, ähm, ich hab den Namen der Region vergessen. Da, wo man, äh, dieses Minigame da macht. Dieser Turm. Und direkt darunter gehen, auch gegen dieses, wie ich, das müssen wir nämlich manipulieren. Und dann müssen wir den sagen, weißer Wind. So, dann macht der einmal weißer Wind. Das ist, äh, eine Gruppenheilung für sehr wenig MP. Das ist eigentlich voll okay. Und dann können wir auch schon weitergehen. Äh, hier nochmal ganz kurz. Wo ist denn da weißer Wind? Ja. Wie viele fehlen uns noch? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Nein, zehn, elf. Nein. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Acht fehlen uns noch. Weil, äh, einen großen Anteil, ich weiß es nicht genau, ob es acht waren, einen großen Anteil bekommt man im Krater. Ich glaube, sechs oder sieben waren es. Das heißt, ich glaube, eins fehlt hier uns noch von oben. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Hier war es am Strand. Gold Sonser Region am Strand. Nicht dieser Gegner. Sondern der, den man auch, ähm, unten zum Max-Statten im Flugschiff findet. Aber der hier, ja genau, die hier. So, einmal manipulieren. Und dann brauchen wir die große Wache. Das ist, ähm, wie Defense Plus, plus diesem, ähm, Äh, diesen Übertrank da. Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Aber das kann man auch nur einmal ausführen. So. Jetzt finden wir uns noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Die müssten wir dann alle im Nordkrater bekommen. Oh, wo ist das, was wir gerade bekommen haben? So. Dann geht's ab zum Nordkrater. Der ist hier einmal da runter. Und den ersten Enemy Skill können wir direkt da unten kriegen. Und zwar, ja, auf geht's. Direkt hier. Und zwar gegen so, keine Ahnung was das sind. Grüne kleine Kaulquappen oder so. Ich kann die nicht richtig identifizieren. Die gibt's zwar irgendwo anders auch noch. Aber hier tauchen die öfter auf. Und zwar gibt's bei denen den E5-Selbstmod. Den E4 habt ihr ja schon gesehen. Der hier ist effektiver, stärker, wirkt gegen mehrere Gegner. Und genau gegen die hier einmal manipulieren. Manipulation mit alle ist da nämlich nützlich, weil ihr dann eigentlich so viele wie möglich manipuliert habt. Das ist dann das hier. Hat das jetzt funktioniert? Weil da stand nämlich gerade Miss. E5-Tort da. Ich glaub da war's. Ja. So. Und dann geht man hier runter. Und da kommt auch schon nämlich der nächste. Von denen kriegt man zwei, wenn ihr nicht schon eins der beiden habt. Und zwar Laser. Den hab ich hier noch nicht. Den hol ich mir hier noch. Einmal manipulieren. Und dann soll er einmal Laser machen. So. Einmal Laser erlernt. Und einmal die Drachenkraft. Das ist wieder Stats aufpumpen. So. Das wären dann beide. Und dann muss man den natürlich auch noch kaputt machen. Und dann hätten wir drei von sieben, glaub ich. Das heißt, vier fehlen noch. Eins, zwei, drei, vier. Genau. Vier fehlen noch. Und das sind drei verschiedene Gegner. Weil die letzten zwei, die kriegt man von einem. Aber dazu kommen wir später. Jetzt müssen wir erstmal gegen zwei. Ja gut, die tauchen öfter auf. Aber nur an zwei bestimmten Stellen. Und zwar müsst ihr erstmal den Krater runter. Dann kommt ihr nämlich zu dieser Abzweigung da. Also wo man entweder runter oder links kann. Zack. Zack, zack, zack. Zu der kommen wir jetzt. Und zwar geht hier erstmal runter. Und dann kann man entweder runter oder nach rechts. Und dann müsst ihr nach rechts. Hier den Weg runter. Ja, nach unten gehen. Weil da kann man, glaub ich, gar nicht mehr hoch. Und dann müssten die hier auftauchen. Das wär Nummer eins. Genau. Genau, die brauchen wir nämlich. So. So. Roulette. So heißt der Enemy Skill. Der, ja, das wird aber auch nur wie ein Roulette ausgeführt, aber nicht euren, ähm, wiederbeleben, also bei mir ist jetzt Vincent gestorben, den nicht wiederbeleben, weil sonst könnte er nämlich danach wiedergewählt werden, ja, und auf die Gegner geht das auch, deswegen ist das ein bisschen kompliziert, den zu kriegen. So, da muss er nämlich auf Tiffa gehen, sehr schön, die hat ihn jetzt bekommen, ich wäre fast abgehauen, aber das darf ich ja nicht. So, einmal besiegen und fertig. Noch schnell die zwei wieder ins Leben zurückrufen, hier gibt's Felix wieder, keine Dragon Balls. Okay, und damit fehlen uns nur noch drei. So. Und zwar kriegt man den, äh, das hab ich vergessen gehabt, Absorber. Was kann der? Absorber, Schütz vor Feuer, bla 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 bla, alle Elemente halt. Gut, und zwar kriegt man den gegen diese Frau sehr gut, dass wir die direkt gekriegt haben. Einmal manipulieren. Und dann brauchen wir den, das Engelsflüstern. Das ist, ähm, Wiederbelebung plus komplette Heilung, glaube ich. So, und damit fehlen uns nur noch zwei, die zwei schwierigsten. Ein von diesen zwei könnt ihr bekommen gegen die Weapons, also Emerald, Ruby, Ultimate, keine Ahnung, wie die restlichen heißen. Jeder von denen kann diese Attacke. Ich hab's mit Feindköder probiert, damit wir, weil der Gegner, den wir brauchen, der, ah, den hab ich ja ganz vergessen, den Morbol. Das war jetzt schlecht, dass der gestorben ist. Der macht nämlich den Mundgeruch, diesen bösen Atem, das ist dann so, so ein weißer Atem. Zum Glück habt ihr ja die Schleife ausgerüstet, damit euch nix passiert. Ich hab den Morbol vergessen, verdammt. So, und dann kommen wir, also das hab ich schon gemacht, das hab ich aber vergessen zu zeigen. Dann kommen wir zu dem hier. Der taucht sehr, sehr selten auf. Und der kann einmal die Attacke von den Weapons, der wird so weiß mit so schwarzen Punkten, aber das macht er nur auf einen Gegner. Das heißt, das muss auch das treffen, denjenigen treffen, der mit Enemy Skill, beziehungsweise Feindeskön ausgerüstet ist. Und dann, ganz wichtig, die letzte Enemy Skill Attacke. Warum glaubt ihr, ist sie am letzten Punkt? Ist eine Attacke, die wird nur einmal im Spiel ausgeführt. Nur einmal im Spiel. Das heißt, solltet ihr die schon mal ausgeführt haben und ihr habt den Enemy Skill nicht bekommen und ihr habt gespeichert, dann werdet ihr auf diesen Speicherstand diesen Enemy Skill auch nicht mehr bekommen. Ihr müsst dann zurück zu einem alten Speicherstand und den euch dann so holen. Und wenn ihr dann nicht gescheit in Abständen gespeichert habt, ja, Pech gehabt. Ähm, ich würde euch empfehlen, falls ihr beide Attacken braucht, weil ihr einen ja, ähm, zum Beispiel den von den Weapons nicht bekommen habt, dann solltet ihr das in zwei verschiedenen Sessions machen. Ich weiß, ich habe gerade gesagt, das ist schwierig, den als Gegner zu bekommen und überhaupt, dass er diese Attacke ausführt. Ja, vor allem weiß man es überhaupt noch, ob er diese Attacke ausgeführt hat oder nicht. Ja, das ist auch so ein Ding. Und durch die ganzen anderen Enemy Skills, wie zum Beispiel Weißer Wind, die können euch da sehr, sehr nützlich sein, weil der greift an und vergiftet und weiß ich nicht, und wenn ihr da jetzt nicht Schleife für jeden von euren Charakteren habt, dann wird das umso schwieriger. So, und dann müsst ihr warten, bis er zuerst diese, äh, äh, Weapon-Attacke ausführt. Ich habe schon wieder vergessen, wie die heißt, genau das war sie. Es wäre aber besser gewesen, wenn er sie gegen Tiffa eingesetzt hätte, nicht gegen Cloud. Und das hier ist die zweite. Das hier ist diejenige, die wirklich nur einmal in einem Spiel, beziehungsweise Save-Game ausgeführt wird. Und zum Glück geht die gegen die komplette Gruppe. Das ist dann sozusagen sein finaler Angriff, bevor er stirbt. Halt jetzt Tiffa eigentlich. Hat sie das jetzt bekommen? Nein, das fehlt hier noch. So, habt ihr gesehen, der letzte Stern war da. Das war genau die Attacke. So, und jetzt müssen wir ihn nochmal finden. Damit er genau diese Attacke, die er gegen Cloud eingesetzt hat, gegen Tiffa einsetzt. Genau diese Attacke brauchen wir vom Morbol. So, endlich. Jetzt müssen wir gucken, dass er diese Attacke gegen Tiffa ausführt. Und je nachdem, wie viele Enemy-Skills ihr habt, braucht ihr auch die Leute dafür. Da bei nur Tiffa das jetzt bei mir wichtig ist, töte ich einfach die beiden anderen. Damit auch nur gegen Tiffa genau das hier passiert. Ja, und die den nicht auszusehen killen oder so. Damit wäre das Ganze leichter für mich zu kriegen. Ihr müsst halt gucken, wie gut eure Stats sind, ob ihr euch das leisten könnt. Und dann müsst ihr euch einfach nur heilen und Zustandsveränderungen abwarten. Am besten ein bisschen die Stats pushen, damit es nicht so einfach geht, euch zu killen. Und dann abwarten, bis die jeweilige Attacke kommt. Und wie gesagt, Enemy-Skills kann man bis zu viermal bekommen. Deswegen kann es auch sein, dass ihr den für die ganze Gruppe braucht. Aber da ich das jetzt nur für Tiffa brauche, mache ich das jetzt mit der allein so gesehen. So, Elden-Trank, so hieß das Ding. Stats pushen. Den könnt ihr ja mit Doppel-Lighton wieder auf 99 raushauen, das ist ja nicht das Problem. Hauptsache, ihr kassiert nicht so viel Schaden. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Weil ihr ja überleben wollt, bis ihr diese eine Attacke da abbekommen habt. Also der könnte jetzt mal endlich so nett sein. Ich würde ihn am liebsten angreifen, aber dann kann es sein, dass er wiederum stirbt. Und das wäre nicht so toll. So. Endlich. 14 Schaden. Sehr nice. Und ihn jetzt einfach kalt machen. Und das war's. Damit hätten wir alle Enemy-Skill-Attacken. Krank. Da seht ihr es. Alle Sterne ausgefüllt. Keine Lücke mehr übrig. Dann hätten wir das jetzt auch hinter uns gebracht. Und als nächstes solltet ihr dann, wenn ihr das jetzt nicht schon gemacht habt, also euer nächstes Ziel sollte sein, die Weapons kaputt zu machen. Von denen könnt ihr auch Sachen klauen. Und ich hab's probiert. Ich hab's nicht hingekriegt. Meine Materialien und meine Stats waren nicht so gut. Bei dem hier ist es so, dass er öfter abbrauen wird und irgendwann mal trifft ihr ihn mit dem Flugschiff in der Luft. Dann macht ihr ihn kaputt. Und dann könnt ihr nämlich hier hingehen. Dafür ist es viel wichtiger. Also das ist der wichtige Part, um diesen Weapon kaputt zu machen. Und zwar ist es so, ihr müsst hier dann immer so ein... So, die Kaulquappe aufsammeln. Und Frische, ihr dürft nur jeweils eins von beiden haben. Und die solltet ihr schon gescheit positionieren. Und zwar müsst ihr die dann... Ja, das seht ihr dann gleich. So. Ich positioniere erstmal alle richtig. Den nehmen wir mit. Der ist nämlich wichtig. So. Jetzt nehmen wir uns... Eine von denen. War da unten nicht ein Item? Doch. Da dürft ihr nur langsam laufen, weil sonst bekommt ihr Schaden, also... Ja, HP-Schaden ab. So. Und dann rausgehen. Und zack. Hier gibt es sehr viele, sehr gute Items, Ausrüstung und so weiter und so fort. Wenn ihr nur so Kaulquappen da reinwirft, geht das nur bis zu einer bestimmten Zeit. Ich glaube 10 Sekunden oder so. So, ich vergesse den Frosch mitzunehmen. Mit Hulk Haves. So, und da hinten gibt es noch ein Item. Pistolenclip. Und hier geht es wieder weiter. So. Jetzt kann man da hochspringen. Und wenn man da in diese Höhle da reinguckt, dann kommt man weiter. Da unten habt ihr eine gelbe Materia gesehen. Die hole ich mir... Ah ne, die kann ich mir jetzt noch nicht holen. Das müssen wir anders machen. Und zwar müssen wir da warten, bis dieser Frosch wieder rauskommt. Deswegen sind diese Frosche so nützlich. Und dann können wir da hingehen und das nämlich hier reinschmeißen als Attrappe. Dann geht es zu und dann kann man sich die Materia holen. Der Generalangriff ist sehr gut. So, einmal da rein, einmal da hoch und zack. Jetzt. Und dann kann man weiter. Gut. So, das hier war ein bisschen komplizierter. Erstmal alle richtig positionieren. Und das Coole hier aber an der Stelle ist, wenn man so eine Kohlquappe da nimmt und dann da in diese Höhle geht und die da rauswirft, dann kriegt man einen Frosch dafür. So. Ich weiß gerade nicht, was da passiert ist. Der ist kurz geworpt. Fetter Glitch. So. Zack. Äh. Wie war das nochmal? Ne, damit kommt man ja rüber. Das wollen wir jetzt nicht. Wie war das jetzt nochmal? Ich glaube, ich muss zuerst hier hoch. So. Einmal da rein. Einmal im Frosch, einmal da, einmal hoch. So. Müsste jetzt nicht der Frosch gewesen sein. Jetzt kann man nämlich, ähm, zum Beispiel, wenn es funktionieren würde, hier runter. Ne, da wollten wir gar nicht hin. So. Dann holen wir halt uns zuerst das Item. Das ist, glaube ich, auch besser so. Dann muss man natürlich wieder den ganzen Weg zurück, weil, wäre ich jetzt weitergegangen, ja stimmt, wäre ich jetzt weitergegangen, dann hätte ich das Item gar nicht mehr holen können. So, jetzt sind wir hier. Da, einmal Frosch holen. So, einmal da hoch. So, einmal da hoch. So. 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 Apokalypse, das ist glaube ich, ist das nicht die Triple Abhebelwaffe von jemandem? Und hier einmal Alexius, sehr gut. So, und das war's mit, ja, mit dem vergessenen Wald. Jetzt zur zweiten Weapon, den trifft man ja unten, wenn man Richtung diesem Boot will, wo man die Stats sozusagen aufbessern will. Und hier habe ich ein Lucky 7 bekommen. In Final Fantasy 7, wenn man 7777 HP erreicht, egal ob durch Plus oder durch Minus, ja, macht der Charakter jeweils 7x777 Schaden. Und wenn das dann natürlich alle drei Charaktere haben, wird das verdreifacht. Dadurch besiegt man den Gegner auch viel einfacher. Und zwar müsst ihr das so sehen, ihr habt ja gerade die Attacke gesehen, die Emerald Weapon Wars gemacht hat. Dieser, also der ist eigentlich dafür gemacht, um das Lucky 7 zu kassieren, um ehrlich zu sein, weil dieser zieht euch genau 1111 HP ab, für so viele Materia, die ihr pro Charakter ausgerüstet habt. So, dann macht ihr das natürlich so, falls ihr nicht 9999 HP noch habt, gebt ihr euren Charakter 2x HP Plus. Der sollte dann 9999 HP haben. Und dann kämpft ihr gegen den, macht denen seine vier Kugeln da oben an den Armen weg, damit auch diese eine Attacke dabei rauskommt. Kriegt dann, weil ihr ja zwei pro Charakter, zwei Materia, ähm, äh, drin habt, kriegt jeder Charakter von euch 2222 Schaden. Und somit habt ihr automatisch 7777, womit dann das dreifache Lucky 7 ausgeführt wird. Das reicht aber immer noch nicht, vor allem, wenn ihr da noch nicht Mag Stats habt, wie ich. Deswegen habe ich das jetzt in der Reihenfolge gemacht, damit ihr schon davor die Mag Stats habt, damit es für euch einfacher ist. Und somit killt ihr den dann viel schneller. Da ist es dann auch egal, ob ihr dieses 20-Minuten-Limit habt, weil mehr als 15 Minuten werdet ihr nicht gegen den brauchen. Ihr müsst halt immer gucken, dass ihr unnötig viel mit Mega-Elixieren halt, damit auch kein, ähm, Charakter von euch kaputt geht. Nebenher könnt ihr den mit, ähm, diesen, ähm, Trunks da, ich hab jetzt schon wieder vergessen, wie sie heißen, ähm, pushen die Status-Limits, was aber verloren geht, wenn diese Charaktere sterben und ihr sie dann wieder, immer wieder ausrüsten müsst damit, was ja eigentlich Zeitverschwendung und blöd ist. So, deswegen haltet ihr die ganze Zeit, haut natürlich ab und zu mal eure Limits raus. Und falls ihr die Technik schon gegen Ruby-Weapon kennt mit dem Mimic und Counter, könnt ihr die natürlich auch schon hier einsetzen. Falls ihr die Materials gemastert habt, in diesem Zeitpunkt nicht so wie ich, dann habt ihr nämlich das Ganze noch einfacher, ähm, weil dann macht ihr nämlich nur eine Attacke und die wird dann insgesamt achtmal wiederholt. Äh, das wäre irgendwie krass gewesen mit Lucky 7. Dreimal Lucky 7, also 7777, siebenmal von drei Charakteren und das achtmal hintereinander. Der wäre, glaube ich, instant tot, falls man das kopieren und mimiken kann. Dann natürlich hier Ruby-Weapon, der letzte. Und was ihr euch merken müsst ist, wenn ihr Lucky 7 ausgeführt habt, hat euer Charakter automatisch nach dem Kampf nur ein HP. So, warum sind jetzt bei mir beide Charaktere tot? Wenn er diese zwei Klauen aus, äh, rausgeholt hat, ja, und ihr noch drei Charaktere habt, dann macht er so, der holt da so einen Sandstrudel und verschlingt dann einen eurer Charaktere zufallsmäßig. Das hätte jetzt bei mir auch Claude sein können. Und dann wäre der für den Rest des Kampfes weg. Ja, und sobald ihr stirbt, ist Game Over hier. Ja, ihr könnt auch nicht abhauen. Selbst wenn die zwei Dinger da weg sind. So, wenn ihr aber zwei Charaktere tötet und nur einer da ist, ja, dann denkt er sich, der hat die anderen zwei schon verschlungen und deswegen führt er so lange auch diese Attacke nicht aus. Das heißt, ihr habt eigentlich noch alle drei Charaktere da. Und wenn euer Claude jetzt zum Beispiel stark genug ist, ja, dann macht es euch auch nicht aus, mit nur einem Charakter gegen den zu spielen, solange er diese Attacke nicht ausführt. Ähm, ihr müsst am besten werden natürlich Max Stats, Max Materia, ähm, die Ausrüstung und alles zeige ich euch später nochmal. Ähm, dann natürlich Doppel-Item und natürlich diese, diese Push-Tränke da. Ich hab schon wieder vergessen, wie das heißt. Genau die hier. Heldentrank war es. Genau den. Der Heldentrank. Um eure Stats über euer Limit zu pushen. So viele wie möglich und natürlich nicht sterben, damit ihr nicht wieder von Anfang pushen müsst. Ähm, man kann das nämlich so machen, natürlich euer Limits könnt ihr draufhauen, worauf ihr achten müsst, euer Charakter, ähm, selbst wenn er Max Stats hat, nimmt, äh, Ruby Weapon eigentlich nur so viel ab, je nachdem wie viel HP ihr habt. Das heißt, habt ihr ganz wenig HP, dann nimmt ihr ihn auch nur ganz wenig ab. Der ist auch gegen dieses, ähm, nicht Versteinerung, der bleibt halt für, es gibt so ein Item, da erfriert er sozusagen für zwei Runden und bewegt er sich nicht. Das habe ich in dem Fall nicht gebraucht. Das könnte für euch nützlich sein. Ihr könntet auch genauso gut eure zwei Charaktere wiederbeleben, äh, riskieren, dass er diese Sandwirbelattacke ausführt und mit allen drei angreifen. Wie gesagt, das Wichtigste ist dabei, dass hier nicht seine Tentakel oder was auch immer das ist zerstört, weil er sonst mit den harten Attacken kommt. Die hier sind noch, also mit denen kann man noch klarkommen. Natürlich immer wieder heilen, von mir aus auch Items rausschmeißen, das ist wurscht. Und ich habe das so gemacht, es gibt die Mimic-Counter-Variante, das heißt, sobald er einen Angriff gemacht hat, ähm, wiederholt er den achtmal selbst. Das funktioniert selbst bei Limits, obwohl er dann gar kein Limit mehr hat. Hier habe ich ihn final, also, ja, finaler Angriff Wiederbelebung gegeben, dass sobald er tot ist, ähm, die Wiederbelebungsattacke ausführt. Ja, damit es kein Game Over gibt, aber durch Counter und Mimic wird das Ganze natürlich öfter wiederholt, als nur ein bis zweimal, was in dem Fall egal ist. Ihr müsst aber auch nebenher gucken, dass nicht nur eure HP, sondern auch eure MP, ähm, vollbleiben. Deswegen ist Mega-Elixier sehr gut, weil das macht das bei der kompletten Gruppe, beziehungsweise Elixier. So, und da ihr auch Mimic und Counter habt und Heldentränke zum Beispiel, doppelt auf euch schmeißt, durch Doppel-Item, macht er das Doppelte, ach, Maximum achtmal hintereinander. So, das war das Item, wo er so kurz erfriert und dann könnt ihr ihn angreifen und falls ihr vierfachen Angriff habt, ja, also, dass er vier Angriffe auf einmal ausführt und das Ganze durch Mimic und Counter, je nachdem, wie oft ihr das ausgerüstet habt, wiederholt, dann zieht ihr ihn schon deftig viel HP ab. Der hier hat zwar weniger HP als Emerald Weapon, aber den seine Verteidigung ist auf, wir haben 255 als Wax und er hat 380, glaub, also schon recht übertrieben. So, und wie gesagt, da könnt ihr selbst gucken, wie ihr das Ganze handhaben wollt, ob ihr es mit drei Charaktern macht, ob ihr es mit nur Mimic und Counter macht, dass ihr eine Attacke macht und der wiederholt ihr die ganze Zeit, oder ob ihr das Ganze gut abmixst, so wie ich das zum Beispiel gemacht hab. Das dauert dann natürlich zwar länger, aber, ähm, es ist, also, es ist, für mich ist es die sicherste Variante, da gibt's natürlich auch Mimic und Counter mit Ritter der Runde, aber ja, das war's jetzt eigentlich schon, ja. Gut. Wie gesagt, gegen den hätten wir jetzt auch noch den Mimic-Skill holen können und jetzt haben wir auch die Wüstenrose von denen bekommen und von Emerald Weapon, äh, diese, äh, diese, ich weiß nicht mehr genau, welche Seite, aber das war auf jeden Fall, kann man dann, äh, nach Kalm gehen und sich seine Belohnung abholen für die Wüstenrose und zwar kriegt man für das Besiegen gegen, ähm, Emerald Weapon war das, glaub ich, die drei Master Materia und gegen Besiegen von Ruby Weapon kriegt man das goldene Chocobo, falls man das nicht schon selbst gezüchtet hat und ja, man kann zwei goldene Chocobos haben, solange der Stall nicht voll ist. Bei mir ist der Stall aber voll, deswegen muss ich da wieder nach Platz gucken. So, jetzt erklär ich euch noch die restlichen Trophäen, die ich bekommen hab, Erleuchtung, das ist für Aeros das Level 4 Limit, das habt ihr entweder schon, oder ihr geht einfach wieder zurück auf den Punkt, wo ihr sie das letzte Mal in der Party hattet, holt euch ein Mürfel, das ist so eine Ausrüstung, dann geht ihr zu dem Typen über Gongaga, das ist so ein Shaolin, der allein in den Haus wohnt, gibt ihm das Item und könnt dann oben links an der Treppe das Item für Aeros holen, womit ihr Level 4 kriegt. Dann hab ich noch die zweite Trophäe, die mir fehlt, und zwar über 99 Millionen Gil, aber dafür gibt's noch ein Video, das zeige ich euch jetzt, wie ich das gemacht hab. Und das hat sehr, 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 sehr viel Zeit gebraucht, das seht ihr dann im nächsten Stream, wie das Ganze abgelaufen ist. Und zwar bin ich wieder hier hingegangen, wo ich die Materias gemastert hab, und hab drei folgende Materias zum Ausrüsten gegeben. Alle Asteroid und Glücks Plus. Diese Master, ihr sucht, macht euch Platz, damit euer Materia, ja, euer Materia Platz nicht verschwendet wird, ihr könnt denen auch Charakteren geben, die dann nicht in der Party sind, Hauptsache ihr habt hier genug Platz. Und diese Materia mastert ihr dann so oft, bis ihr, keine Ahnung, 20, 30 Stück von denen gemastert habt, weil für die kriegt man assi viel Geld. Das war Asteroid, Glücks Plus und alle. Ihr könnt auch nur eine mastern, aber ich hab mir gedacht, so drei gleichzeitig ist am besten, vor allem wenn Cloud drei Plätze da hat, hätte der auch fünf oder so, dann würde ich natürlich, ähm, äh, auch fünf gleichzeitig leveln. Die hab ich jetzt alle gemastert, ich hab glaub ich von jedem so die 10, 15 Stück. Was wir jetzt machen, ist dann wieder zurück nach Kalm, sobald ihr alle oft genug gemastert habt. So, und dann gehen wir zu den Couts hier und verkaufen die gemasterten Materia. Natürlich eine gemasterte und eine leere solltet ihr euch immer lassen, aber alle anderen könnt ihr verkaufen und da seht ihr es, wie viel Geld man für die Dinger kriegt. Ich hatte gerade nur die Hälfte von dem, was ich eigentlich brauch und jetzt schaut mal, wie viel Geld man dafür, sorry, Geld dafür bekommt. Zack, 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 zack. Und dann noch unten die, was war's? Zauber Plus war's, genau. So, zack, 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 zack. Und das ist schon übers Limit heraus und damit habe ich die Trophäe bekommen. Die Aufruf Materia sind nur ein Geld wert, komischerweise, aber ihr solltet nichts anderes verschwenden. Und jetzt kommen wir zu den zwei letzten, für mich schwierigsten Trophäen und zwar müsst ihr dann zurückgehen, wo ihr da zu Dorc orneo kommt, wo Cloud sich als Mädchen verkleiden müsst, muss und ihr müsst es hinkriegen, da gibt es einen Guide und einen Glitch dafür, dass, ähm, äh, ja, den Glitch nicht, dass, äh, er, dass er Cloud auswählt, das ist die erste Trophäe und dazu gehört, dazu kommt ihr auch zu der zweiten Trophäe, weil ihr könnt sagen, ihr habt schon einen Freund, Barrett, bla bla bla. Ihr müsst mit Barrett so oft labern wie möglich und die anderen zwei Girls abweisen, äh, damit ihr, ähm, dann nicht mit Iris oder Tiffa auf ein Date geht, sondern mit Barrett, sobald es dieses Goldsauce-Date-Ding gibt und dann bekommt ihr diese Trophäe. So, die letzte Trophäe, die es gibt, ist das Spiel abzuschließen und dann habe ich das Game platiniert und alle anderen Sachen, die noch offen sind, die seht ihr dann im nächsten Part im Stream. Alles klar, Leute, das war's bis dahin, ich hoffe, das war nicht so anstrengend, ich versuche, das so kurz wie möglich zu machen. Thank you for watching, see you on the next part, the blue gang says out, peace YouTube world.